Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Sonne scheint noch. Sophia Magdalena Scholl, der Reichsminister der Justiz, hat mit seinem Erlass vom 22.02.1943 beschlossen, von seinem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen, sondern der Gerechtigkeit ihren freien Lauf zu lassen. Es ist genau 17 Uhr. Die Verstreckung ist durchzuführen. Ich lehne die Freiheit! Die Verstreckung ist durchzuführen. 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 Die Verstreckung ist durchzuführen.